Und bin dann wieder zurückgefahren. Also es war nicht mehr so weit bis nach Quedlinburg, aber es war ja dann auch Vibe-Start und dann bin ich doch recht pünktlich zu Hause gewesen. Ich habe dann das Spiel installiert, also das Update. Und dann ging es auch relativ schnell mit dem Vibe los. Und dann geht's. 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 Und dann istja parce. In Aschersleben haben wir seinen Motor gekauft, okay? Was fährst du, Olli? Das Piss. 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 Das war's. Oh, was tue ich raus? Jurg, muss man essen, lass es dir schmecken Olli. Lass es dir schmecken, müssen wir alle mit ihr Essen unter die Nase rein. Thomas, grüße. Wie geht's, mein Bester? KTM Superzug, Alter. Olli, jetzt lese ich das mal. Ja, du Tier. Komm, komm, komm. Das war's. und jetzt alles, ich hatte noch einen Schnellen. Ich mache mir ein, wenn ich jetzt keine worry, Also, ich zeise mir Tuchchen. Ich zeise mir schon mal so gut, es ist eine Schallschall ... und ich mag ihn nicht beschweren sich. Obwohl ich nicht so, schön hier hinein, wenn ich nicht sagte, hier habe ich, ich lasse mich nicht so, dass ich nicht gut verstehe, ich habe gelesen und es schauen, wie ich gerne habe, dankeschön hier geht es doch immer gut ja heute abend ist für mich ist das geheimnis des biers leider bisher verschlossene blieb hat sich mir noch nicht offenbar so 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So, da geht's. Zähne Das war so eine Skeffarmee. Cool, den LKW-Schlüssel gefunden. Geil. Mir auch. Ich krieg aber noch meinen Whisky und sogar umsonst Ohr. Die wissen, dass ich arm bin. Schöne Sache, Thomas. Mein Ohr juckt. Das sind die Helle. Die Helle. Die Helle. Die Helle. Die Helle. Die Helle. Vielen Dank. Wann geht es los, Thomas? Das ist Kacke. Die Steffa metert und ich habe nur die Moos in. Das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke. Halb acht, okay. Sind das jetzt die Skeps? Ja, die Verhalten sind jetzt auch wie Spieler so ein bisschen. Das ist Kacke, das ist Kacke. 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 Aktuelles Lä Dit rob Amendment. Das ist Kacke. Das liegt im Roll prol occasionativen polarizationieren. Zitzen Okay. 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 Na, ganz toll. Noch nicht mal das Exit habe ich. Nicht mal das Exit gönnen die mir. Ach ne, Quatsch, ich bin ja noch. Ich trotte, ich war noch gar nicht da. So, sie gönnen mir doch das Exit. Schönes Ding. Schlüssel leider nicht. Hätte ich gewusst, dass der Schlüssel so rar ist, hätte ich ihn doch nicht aus dem Secure-Container rausgenommen. Danke, Sveini. Ach ja, das war ein interessanter Spieler. Deine.